Moin Leute was geht ab? Heute werden wir Alke ein bisschen zugucken beim Fortnite spielen oder? Der hat so OPs Loot Digga. Der hat so OPs Loot Digga. Der hat so OPs Loot. Ey Leute schaut euch dieses Loot einfach mal an Digga. Gebt euch das einfach mal ne? Ja. Schau mal da hin Alke. Das ist dieses Loot ne? Alke machst du noch ein paar Runden? Ja ne Digga wie dieser geht mir einfach aus. Alke! Nee bitte! Nein! Digga. Als ob ne? Kann ich mal ne Runde? Ja. Dann weiter gehts. Aber Eik hat so OPs Loot gerade gehabt. Krass! Hast du den jetzt bekommen? Nee. Keine Ahnung aber ich krieg das als nächstes dann. Was willst du jetzt weitermachen? Ja. Dieser Fisch war ganz schön OP. Ja. Oder? Ja. Der war wirklich OP. Mit ner Grün. Und ich hab mit ner Irpfischen rausgeschossen. so. Und der nehmt einfach sich die Gold nehmt mit. Ja. Der hat da aber schon eine gehabt. Also hast du denn die ganzen Sachen alle gekriegt? Ja. Ich weiß wo ich lande. da hinten über diesen Sumpf da. Wir zeig ich jetzt mal ein Trick aber bitte nicht weitererzählen. Weil wir wollen das nicht so werden. Guck mal. Aber wo ist denn die eigentlich jetzt? Da hinten. Ja. Irgendwo da. Digga aber das ist europäisch Lut. Ich hatte drei epische Schüsse. Ja. Drei epische Schüsse aber wirklich so. Weil er hat ja eine nicht mitgenommen davon. Aber hätte ich auch nicht eher gesagt gemacht. Kann ich da hinfliegen. Ja. War wohl. Ich denke da bin ne. Ja. Kann ich nicht gleich irgendwie so ein Zeichen da sein? Ja. Sind ja auch ein Slurpee. Slurpee ist immer diese Tränke kennst du die? Da ne. In dem Haus da ist es aber. Ja. Ganz sicher? Ja. Ist immer meine Treppe. Ist da ne Treppe? Ja. Oder da. Und auch da sein. Ja. Suchen weiter. Ja. Wirklich. Ich bin auch gespannt was ich hab. Ach nicht so gut ist du eigentlich. Ja. Hätte mich über eine andere. Und so ein doofen Raketen wäre man der jetzt. Aber damit kriegt. Ich war nicht bei einer Raketen wäre vor allem mit einem Schlag down. Lach so. Oh. Ich will doch mit Ballern. Nein. Ich will den nicht verschwenden. Der ist. Der ist. Oh. Der ist ober. Der ist warm. Der ist warm. Da fällst du jetzt einfach nur mit dem blauen roten. Das war gerade Granaten gehen ich aber mit. Ich will die Granaten mitnehmen ihr Schwachköpfe. ja mann so mit dem raketen kommen ich wollte ihn nicht und auf einmal so ein dummes Zeug nicht so weiß man nicht wie er ist oder jump and run noch die zu den langen fall schießt die ich habe eine idee da hinten trifft er aber nicht wo du auf den gegnern geschossen hast mit dem raketenwerfer auf einmal war war der beide dauernd das war auf dem boden geschossen das habe ich nicht mehr trotten ich meinte wegen den gegnern das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja ja wie stark ist er welche denn ja weil ich würde mir das auch mitnehmen ja aber das war das richtig op schade hat sich nicht getroffen habe so richtig aber das man findet ja nicht mehr diese dings dazu ist ja auch irgendwie aber weißt du was ich finde dass man für den raketenwerfer jetzt keine sachen mehr findet oder ja liegen die auch rum also diese schüsse dafür ja nee die können scooten diese großen kleinen kisten da wo immer diese minis drin sind weißt du was ich meine ach so ja da also da hinten die drinnen rein oder in der normalen aber in der normalen ich weiß das sind ganz selten ich habe aber so ne ich bin die ganz cool ach ich lebe jetzt einfach gewinnen ja ich will aber nicht auf den gleichen gegnern oder soll ich nehme den einfach trotzdem mit ich nehme einfach mit mit dem 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 ist ja auch glaube ich immer wie war und abklopfen diese typ abgebaut ja brauche ich nicht hier hört doch mal auf das ist nirgendwo die ich jetzt hoch ich wollte es nicht ja genau das wollte ich das wollte ich damit ich hochjumpen kann manche typen richtig gut bauen wie du zum beispiel die zone kommt ich bin ja nach schutzdings drin das nervt mich mit dem raketenwerfer ich schaffte es nicht mehr auf damit ich habe ich habe so wenig money ich brauche die epische hier irgendwo war doch aber mal einer vielleicht getötet dass man nicht ich war noch eine menge gegner am anfang nur hier ist einer ich bin gleich von der nächsten funktion da drin was denn was denn ein ort oh nein ich hab eine pamp das war okay nämlich ich zwei doch haben wirklich ja aber so leicht recht mann ich nicht mit granaten rum habe ich dir jetzt noch mal gesagt du brauchst mich nicht wenn wir mal kampf gegen haben mit granaten franken ich sehe das ich bin nicht weil er darauf reinfällt mit granaten aber ich den kopf durch den pump wieder in die schweißen hühnchen auf den gegner und das ist eine granate und dann explodiert ja das hühnchen dann denkt man das hühnchen ist explodiert und ein hühnchen ich muss in die schutzzone rein da ja zwölf gehen noch das könnte ich sogar wie viel ich bin der fahrer ich freue mich gerade über die pump nein zehn wenn wir mitgezählt sind dann sind wir 100 pro aber ich glaube nicht dass wir mitgezählt sind ja aber das ja könnte so sein ich hab was merkst du grad was ich habe ja das sind aber andere ging also ich finde ich wenn es jetzt hier verschwindet dass sie normal hat einer das ist wieder weg ich würde jetzt nicht mehr so leute ich würde sagen wir enden jetzt das video also leute hat rein schaum war geil